Ich hatte mich da entschlossen, in Berlin zu bleiben und dort aus freien Stücken in dem Augenblick, der dort zu rollen, in dem ich glaube, dass der Sieg des Fürst und Kanzlisch selbst nicht mehr gehalten werden kann. Das ist Hitler. Das ist deutsche Zelda. Das ist russischwein. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Verstehen? Ich sterbe mit freudigem Scherzendaten, den Leistenden unserer Soldaten an der Front, unsere Frauen zu Hause, den Leistenden unserer Bauern und Arbeiter und in der Geschichte einmaligen Einzeiten unserer Jugend, die meinen Namen trieb gegen die Jungen. Sie kreisen, 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 kreisen! Schölenberg, in der Toske! Вам, was das nicht interessiert? Vielen Dank.